Reden wir über Schubladen. Da gibt es die, die jeder kennt. Sportskanone, Geek, Rocker, Sickel. Sorry. Was ich nicht wusste, für mich gab es eine völlig neue Bezeichnung. Wo sind denn deine Freundinnen? Es ist echt nicht meine Aufgabe, dir Infos über meine Freundinnen zu liefern. Irgendwie schon. Du bist doch ihre Duff. Sorry, ihre was? Duff. D-U-F-F. Designated Ugly Fat Friend. Was hast du gerade zu mir gesagt? In jeder Clique gibt es eine. Eine, die nicht so sexy ist, damit ihre Freundinnen heißer aussehen. Das kann man leichter ansprechen, weil man sie nicht daten will. Gecheckt, so wie bei dir. War nett mit dir. Warum habt ihr mir nie gesagt, dass ich eure Duff bin? Unsere was? Noch nie gehört? Auf keinen Fall. Doch, doch, das hast du. Ich will aber nicht die Duff sein, sondern die, die gedatet wird. Du hilfst mir dabei und ich helfe dir in Chemie. Da hast du den leichten Part. Du läufst hier im Pyjama rum und ich muss dich entduffen. Shoppen hätte ich auch mit Jess und Casey gehen können. Liefer mir mal harte Fakten. Du versteckst deine Möpse, deine Körperhaltung ist für'n Arsch und du ziehst dich an wie Bob der Baumeister. Bam, harte Fakten. Du interessierst hier so gar keinen. Du bist nur so toll, wie du dich selbst fühlst. Oh, äh, ich, äh, ich hab'n Date. Hör damit auf. Womit? Damit? Lass es bitte. Äh... Noch Fragen? Ja, ein paar. Hau raus. Was willst du denn? Können wir hier rausgehen? Glaubliches geschah. Von diesem Moment an wurde sie nie mehr älter. Keinen einzigen Tag. Ich bleib'